hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja ich hatte euch ja angekündigt dass ich auch mal videos zu verschiedenen wesenheiten machen möchte insbesondere zu denen mit denen ich in kontakt stehe und ich dachte ich schließe mich heute einfach mal meinen vorbildern an und erzähle euch von meinem kontakt mit belfigur auch wenn ich leider da es nun mal nicht mein schutzwesen ist nicht ganz so viel erzählen kann wie meine vorredner also wenn ihr mehr über den dämon erfahren möchte dann schaut euch unbedingt das video von hildi demon girl an und auch das video von wolfgard kann ich euch empfehlen sowie das video von chris über diese wesenheit ich hingegen möchte einfach nur mal kurz sagen was ich für persönliche erfahrungen mit dem wesen habe und zwar hatte ich auch ein paar wenige kontakte wo ich zum beispiel hildis buch gelesen habe und ich konnte die unglaublich starke liebe dieses wesens wahrnehmen und hallo katze die katzen stören natürlich wie immer meine videos und wollen mit gefilmt werden es war einfach wunderschön diese liebe wahrzunehmen ich habe noch nie ein wesen getroffen was so viel liebe in sich trägt also viele wesen insbesondere dämonen sind unglaublich liebevoll aber dieses wesen belfigur also von allen mit denen ich kontakt habe trägt ganz besonders viel liebe in sich und ja als ich hier dieses buch gelesen habe in einer wundervollen szene wo er sie wuschel genannt hat da habe ich ihn halt auch gespürt und hat quasi von hinten seine arme um meine schultern gelegt und diese wundervolle wärme ja ich wollte es einfach mit euch teilen dass dieses wesen halt wirklich voller liebe voller wärme ist und das erscheinungsbild ist tatsächlich auch bei mir ähnlich wie das was hildi in ihren videos immer beschreibt und ja ich werde sie auch fragen ob ich dieses video hochladen darf ich habe mir erlaubt auch belfigur zu fragen aber sinngemäß war es ein dass ich mir die antwort schon denken kann er liebt es wenn man ihm geschenke macht die vom herzen kommen und wenn man seine verbündeten ehrt und von daher glaube ich kaum dass dieses video ein problem darstellen wird für dieses wesen ich wollte hiermit auch nicht den anderen das video nachmachen oder so ich habe ja selber einfach beschlossen dass ich meine kontakte mit euch teile und ja heute möchte einfach auch den wesen eine freude machen und den personen die mit diesen wesen verbunden sind ja das war's von mir für dieses video und ja macht's gut und bis zum nächsten mal